Herzlich Willkommen zu unserem 5-jährigen Fest. Es freut mich, dass so viele Clubs, Freunde, Gäste wieder zu uns gekommen sind. Den Ehrenschutz für unser Fest hat wieder mein Vater, Professor Harry Kopitz, der ein Winter vom Inselfest übernommen, leider durch seinen Terminkorrisionen ist er nicht gekommen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Jürgen Schmidt, den Präsidenten von Fleisdorfer FAC. Danke Jürgen, dass du gekommen bist und uns bei der Dombola so super unterstützt hast. Danke. Danke an die Florian Tänzers, die all die Jahre super den Saal schminken, die Tischdekorationen, dass die Gäste auch ein schönes Ambiente haben. Und besonders möchte ich mich bedanken für die diesjährige TECO-Gruppe. Die haben links und rechts die Plakate im Sommer bei der ärgsten Hitze, wo die anderen Leute im Bad waren, bei mir liegend am Boden diese Plakate gemacht. Dafür recht herzlichen Dank für euren Einsatz. Wir freuen uns, dass wieder zahlreiche Countryclubs zu uns gekommen sind, unter anderem. Wir begrüßen ganz herzlich Akinum, Black Angel Dancers. Ich weiß nicht, ob sie schon da sind, Chilero Line Dancer, meldet euch bitte. Angeleiter, ah! Die Dänzenden Wulfs! Dänzenden Devils! East & West! Happy Line Dancer! Der Gust ist natürlich auch dabei! Herr Alza Line Dancer! Hochleitenden Line Dancer! Leo Will Leindänzer No Limit Leindänzer Sie sind die größte Gruppe mit 20 Personen, herzlich willkommen Old Missy City Country Club Austria, herzlich willkommen Besonders sehr, danke Benzinger Leindänzer, erstmals bei uns Rocky Mountain Leindänzer Und Smoking Boots, entweder sind Sie schon da, okay Sie treffen erst ein Und dann begrüßen wir natürlich ganz herzlich viele Freunde und Gäste Und die Blue Devils Durch den Abend führen wird uns die Band Doc Tom and the Bandits Aber bevor wir den Abend starten, noch kurz Organisatorisches Ihr habt schon bemerkt, im Saal ist Rauchverbot Geraucht werden kann, aber an der Bar Dann die Speisen Speisen gibt es bis 22 Uhr, aber danach braucht ihr nicht verhungern Nach 22 Uhr gibt es dann noch Würsteln und natürlich Mehlspeise Im Foyer, da seid ihr sicher schon vorbeigekommen Steht Katharina mit ihr am Stand Und sie hat uns auch für die Dombola was zugesagt Auf der Bühne haben wir es noch nicht Aber sie wird sicher bald herausrücken Zu Dombola Auch heuer gibt es wieder ganz tolle Preise bei der Dombola Das stimmt Und nach der Eröffnung ist dann der Einkauf von Losen freigegeben Beim Ankommen habt ihr ja nur zwei pro Person kaufen können Ab sofort, also sagen wir mal in fünf Minuten Könnt ihr dann die Kasse stürmen Zwischendurch wird die Farbe der Lose gezogen Und zwar die, wo jedes Los einen Preis gewinnt Und gegen 24 Uhr ist dann die Verlosung der Hauptpreise Und jetzt kann es losgehen Begrüßt mit uns, Doktor und den Beides Viel Spaß und gut an der Heilkamp Das ist mein Gefehl Viel Spaß Applaus 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 Applaus